War echt eine super Sonderschau gestern, gell? Ja, und so viele nette Leute. Und das alles wegen Hybrid. Mei, der fährt sich voll gut, gell? Der hat ja auch 136 PS. Und so ein Fahrkomfort. Aber hören tut mir nix. Und so bequem da ja hinten. Und meine Kinder, die fahren auch so gern mit. Und der Hund erst. Hey, wer steht denn da? Hey! Hey, schaut's! Ein Auto vom Haselbeck. Servus! Brauchst du ein Auto, oder?